Ich benutze dieses Mal diese Haare von Express. Ich habe eigentlich andere Haare, aber dieses Mal habe ich diese benutzt. Die sind glaube ich 2 Meter lang. Die habe ich einmal durch die Mitte geschnitten, einmal durch die Mitte geschnitten, damit die nicht so lang sind. Dann habe ich die selben nochmal in Schwarz benutzt, habe sie gemischt. Dabei kam das daraus und bevor ich aber anfange zu flechten, ziehe ich die Spitzen noch lang und zwar einzeln, damit die Braids am Ende spitz zu gehen. Ich hoffe man kann das erkennen, aber die sind halt oben dicker und werden an den Spitzen immer dünner. Dafür ziehe ich an den Spitzen immer ein paar Strähnen raus. Also immer ein paar Strähnen rausziehen. Das sieht an den Spitzen dann so aus. Und dasselbe mache ich nochmal mit dem blonden Haar, das im Moment noch so aussieht. Dann mache ich die beiden wieder zusammen und lege sie zur Seite. Ich fertige mir meistens schon so 10 Stück vor, damit es am Ende schneller geht, damit ich die Haare nur noch nähen brauche. Dann habe ich hier schon, also der Rest ist schon fertig. Ich habe etwas für euch übrig gelassen und zwar dieses kleine Stück hier. Das werde ich in drei Braids teilen. Dann käme ich sie gut durch. Und teile sie mir in drei. Einen Teil habe ich mir abgegrenzt. Das sieht so aus. Nehme sie mir so zu zweit. Also nur eine Strähne. Nehme sie mir so in die Hände. Ich packe da so rein. Und man kann es sehen. Und die anderen packe ich außen. Also ich tue meinen Daumen und meinen Zeigefinger da rein und fasse das andere mit den restlichen Fingern. Nehme mir dann einmal eine Strähne. Ziehe sie da durch, sodass sie einfach nur da drum ist. Ganz simpel. Und fange einfach an zu flechten. Das wäre das meine erste Strähne, das meine zweite und das meine dritte. Und flechte einfach. Dann teile ich ungefähr, nachdem ich zwei, drei Mal geflochten habe, teile ich das auf. Und nehme das blonde Haar, eine blonde Strähne, zu meinem echten blonden Haar. Damit das, damit das am Ende nicht so auffällt. Die werden die W Blindersband kommen. Damit des Weihnachtsbeschers in einem Jahr. So, wie auf dem Kanal geschütt werden? Dann ist das meine dritte. Dann sind die B 상황. Und um das, damit das ja auf. Dasura掉. Dann sind die B. Dann machen wir das. Dann können wir das, damit das. Buddich sind die W Dreamersband. Dann sind die Wundersband auch hier in der Stärke. Dann sind die Wundersband. Dann sind die Wundersband. Dann sind die Wundersband. Frau Hand. Out the door Then you have magic Out the door